KOSMEDIALE FARBKOMMUNIKATION oder KOSMEDIALE FARBDEFINITION Das beginnt ganz zu Anfang, in der Absprache mit dem Kunden. Sie müssen schauen, ob Farbsicherheit über mehrere KOSMEDIALE Ausgaben gewährleistet ist. In diesem Workshop möchte ich Ihnen einmal Hilfsmittel aufzeigen, die zu einer solchen Farbsicherheit führen könnten. Das eine ist vom DTP Studio Oldenburg für 99 Euro im Download erhältlich, der digitale Farbatlas. In diesem digitalen Farbatlas können Sie zum Beispiel mit dem HLC-Farbfächer, den ich gleich noch vorstellen werde, einen Farbwert eingeben und diesen HLC-Wert mit verschiedenen Systemen vergleichen. Zum Beispiel Folien, Lackfarben, Wandfarben und so weiter. Die Software wird dann drei aus dem einen Farbsystem dem original entsprechenden Farbton am nächsten kommenden Farbwerte heraussuchen und dann auch noch dementsprechend das Delta E anzeigen. Dies kann dann auch als PDF ausgedruckt werden. Das weitere eben der HLC-Farbfächer. Beim HLC-Farbfächer handelt es sich um einen in Fogra 39 CMYK gedruckten Farbfächer. Das heisst, sämtliche der abgebildeten Farben können in CMYK in einem Coded Fogra 39 auch abgebildet werden. Bei dem Farbfächer steht unter jedem Farbfeld ein HLC-Wert, ein LAB-Wert, ein SRGB-Wert, ein HEX-Wert und eben Fogra 39, der dazugehörige CMYK-Wert. Das macht es einem Designer und Gestalter einfach, Farben mit seinem Kunden auszuwählen und dementsprechend in den Programmen, die er verwendet, dann einzusetzen. Für das haben wir auch noch alle aus dem digitalen Farbatlas enthaltenen Farbsysteme in die OpenColor System Collection hineingepackt. Das ist ein Download-Paket, welches eben diese 300 Farbsysteme beinhaltet. Und die können dann in Adobe Software, Scribus, LibreOffice, Gimp und auch in Affinity, Da ist es gleich wie bei Adobe, die ASA-Datei, die man laden kann, um dann diese Farbsysteme in den Programmen anwenden zu können. Diese OCSC gibt es auf der Webseite www.freiefarbe.de gratis zum Download. Bei diesem HLC-Fächer, den es für 50 Euro zu kaufen gibt und im Zusammenhang mit der OCSC, wo dann die Farbwerte für die Programme zum Laden sind, ist das eine ganz geniale Sache, um auch wirklich grossmedial möglichst sicher zu gehen. Ich möchte Ihnen dann zeigen, wie man Farbsysteme hereinladen kann. Zum einen in Scribus ab 1.5.3 und zum anderen auch in Gimp 2.8.18. Zusätzlich in InDesign CC 2018 und auch Photoshop CC 2018. Es kann ja sein, dass Sie eine Hintergrundfarbe mit irgendeinem HLC-Farbwert einfärben müssen und da ist es dann im Photoshop einfach, diese Datei zu laden und dementsprechend mit dem Farbsystem die Hintergründe zu gestalten. Neu arbeiten wir mit Hochdruck an einer DIN-Spec, genannt Open Color Communication. Was beinhaltet das? Zum einen einen Ringbuchordner mit auf Epson 9000er System gedruckten Gammuts, das heisst, die sind einiges grösser als derjenige von Offset-Druck gestrichen und wir haben dazu fünf digitale Dateien zum Download auf unserer Webseite. Den Ringbuchordner gibt es noch für kurze Zeit für 99 Euro. Die digitalen Dateien können Sie bereits jetzt gratis auf der Webseite www.freiefarbe.de herunterladen. Was sind das für Dateien? Zum einen ein PDF-Layer, den ich Ihnen dann vorstellen möchte, wo Sie einzelne Farbgammuts wie zum Beispiel sRGB zu der neuen PSO-Coded V3-Version ein- und ausblenden können, damit Sie sehen, wo welche Farben erreichbar sind. Dann haben wir ASE-Farbbibliotheken für Photoshop und InDesign und wir haben einen Messreport. Sämtliche Felder wurden von uns nachgemessen und dementsprechend können Sie jedes einzelne Feld mit seinen Delta-E-Abweichungen anschauen. Wie anfangs erwähnt, die Genauigkeit ist bestechend. Dann die Spektraldaten. Das könnte zukünftig spannend werden, wenn Farbenhersteller sich diese in ihre Farbrezeptur-Softwaren laden könnten, um dann für jedermann Sonderfarben in einer Büchse bestellen zu lassen. Des Weiteren die Umwandlungstabelle. Jeder einzelne Farbwert im gedruckten Ordner kann so nach sRGB, HEX oder ISO-Coded abgelesen werden. Aber das dann im Einzelnen in den weiteren Filmen. Um all diese Dinge erstellen zu können, brauchen wir unbedingt sie. Wir müssen Mitarbeiter, Mitstreiter, Unterstützer und Förderer gewinnen, um auch weiterhin solche tolle Hilfsmittel Ihnen anbieten zu können. Deshalb unbedingt Mitglied werden. Aktuelle Kurse zum Thema kosmediale Datenaufbereitung finden Sie jederzeit auf der Homepage www.pretomedia.ch und wenn Sie da auf Kurse gehen, finden Sie sämtliche von uns im Angebot stehenden Kurse. Kosmediale Datenaufbereitung in Humprechtikon, Schweiz. Nächster Kurs, Mittwoch, 14. März. Nächster Kurs, Mittwoch, 15. 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 März. Vielen Dank.